Ich brauche wieder deine Hilfe. Die Leute von der Woodson Farm haben mir von einem Überläufer erzählt. Er hat Zuflucht beim Widerstand im Silver Lake Trailer Park gefunden, aber seitdem habe ich nichts mehr gehört. Niemand weiß, wann der Herr die Last der Verwundeten von meinen Schultern nimmt. Geh zum Silver Lake Trailer Park und sieh nach, ob der junge Mann wohl auf ist. Wir müssen verzeihen können, sonst sind wir kein Deut besser als die Sekte. Geh mir die Kopf zurück. 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 Was ist das? 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 Sieg den Weg. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Ja! 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 Was ist das? Das wäre gut für meine Rohre. 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 Das wäre gut für meine Rohre.